Musik Verdammte Axt, ich brauche Alu Ach mein Inventar ist auch voll, oder was? Jo, ne, ist nicht voll, warum hat der es dann weggeschmissen? Blöd man Ich muss ja jetzt auch Elektronika leerstellen für Batterien Ok Was ist das denn? Schon wieder Eisen Ich brauche kein Eisen, ich möchte gerne Alu Jetzt die Sache, schaffe ich das zu einer anderen Base zu gehen und da müssen wir zu farmen oder schaffe ich es nicht? Kalzium, Eisen Bis jetzt sehe ich ihn noch nicht Ist jetzt die Frage, soll ich es riskieren? Ich fahre mit meinem Quatt da hin, schnell Ich fahre mit meinem Quatt Ah, okay, das heißt, ich muss doch nicht mehr wissen Ich habe ja einen Quatt Da komme ich relativ flott hin und her, weißt du Ja, okay Dann gehen wir mal schnell hier rein Gucken wir mal, ob wir vielleicht die Chance haben, hier drinnen noch irgendwas zu Ja, hier haben wir noch ein bisschen was Zum Zum, äh Zum, äh Mal gucken, was, was kriegen wir denn? Warnung Sonst schon steht bevor Ja, schön, okay Ist mir gerade egal, ich will wissen, was ich hier kriege Stahlplatten Was kriegen wir hier raus? Eine Schraube Eine Schraube Eine Schraube Eine Schraube ist mir egal, ich brauche ALO Kleines Rohr Und einen neuen technologischen Punkt Warte mal, den gucken wir mal an den Punkt Wo ist das? Oh, guck mal an Bergbank Habe ich freigeschaltet So, und dann schalte ich die Punkte frei So, aber da ich ja jetzt hier gerade noch dran bin Holen wir trotzdem mal alles hier raus, schnell noch Oh, oh Ein Kabel Haben wir noch ein Kabel, oder? Ne, eine Packung Schrauben haben wir gekriegt, okay Wo ist das jetzt? Äh, ich, äh Hol gerade hier alles aus den Aus der alten Base, die hier neben ist, weißt du Hol hier alles raus Ja, okay Ich habe diesmal ein bisschen anders begonnen Ja, passt Nicht wie letztes Mal Weil letztes Mal war ich ja ganz schnell, ganz schnell, äh ganz schnell, ganz schön platt Leider Aluminium Da haben wir Alu Da haben wir Alu Hä? Ich sag klar, da werden wir kurz Nochmal Alu Guck mal, die Schränke bringen Alu Na bitte Das ist richtig toll Ich bin mal kurz weg Ja, ja, ja Oh, warte mal, stopp Erstmal öffnen, da ist er bestimmt noch drinne Nein, ist es nicht gut, dann weg Da ist es jetzt Was ist, ich nehme mal Justine Entsig Wicita Wicita Einige Wicita 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 Das ist mein Inventor. Ja, ist da noch Platz? Naja, nicht wirklich. Dann lassen wir das mal, bevor wir jetzt hier probieren. Wo steht mein Quad? Hier. Wurde. Wetter alert. Incoming solar storm. Wurde zu meiner Base finden. Wurde. 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 die schnelle erkannt okay ja jetzt können wir nichts machen ja wir müssen warten bis der vorbei ist lang das dauert weiß ich natürlich nicht bin das kann ich nicht sagen lang das dauert also ist nicht was nun dass ich ein bisschen was material bräuchte glas und elektronik und so sachen aber dafür bräuchte aluminium aluminium haben wir aber nicht so dann müssen wir warten ein kleines peuschen gucken uns den schönen sonnensturm an wie lange geht eigentlich so ein sonnensturm weiß das einer von euch ja schön gefährlich ja ja und das schluss guck mal mama hehehehehehehehehehehehehehe und jetzt da kannst du Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich glaube nicht. Das haben wir noch nicht. Das ist ein dickes fettes Fragezeichen. Vielleicht fahren wir da mal hin, mal gucken. Aber da ist ein ganz schönes Stück, ne? Hier ist auch ein Fragezeichen. Da könnten wir mal gucken. Aber erstmal muss hier das da draußen weg sein. Weiß ich nicht. Wie lange geht der Sonnensturm? Weiß das einer? Kann man diese Frage jemand beantworten? Wie lange die Sonnenstürme hier gehen? Und ob ich mit der Werkbank die kleinen Leiterbahnen bauen kann oder wie die da heißen. Kann mir das auch vielleicht jemand sagen? Das wäre super toll. Da weiß ich nicht, was der macht. Find keine Ahnung. So, ja. Was machen wir denn jetzt? Ohne. Ohne. Ist das vorbei? Ist das vorbei? Tatsächlich? Das wäre schön. Also zumindest ist dieses Gefahrenzeichen weg. Ich frage nicht, ob ich hier raus kann. Cool. So. Ich hätte gerne Aluminium. Was ist denn hier? Silizium. Ne, Silizium brauche ich nicht. Ich brauche nicht. Ich brauche nicht mehr als genug. Ich brauche nicht mehr als genug. Ich brauche nicht mehr als genug. Nein. Der Feuer? Na, nicht wirklich. Aber egal. So, gehen wir mal gucken, wo wir Aluminium finden. Ich brauche ein bisschen Alu. Ja, wie sehen die Pelsen für Aluminium aus? Das ist jetzt die Frage hier. Ja. Hier ist Aluminium. Wow. Dein Ernst? Dieser riesen Pelsen hat noch 8 Aluminium gebracht? Ja. 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 Mal gucken was das hier ist. ist ja mal wieder das. nicht was passiert DO characteristics jetzt mal wieder rötet wenig am linken zu landen du hast du coisa modes Sieh mir aus, es ist inizium, ja, es ist inizium. Steck, aus. Steck. So, was haben wir denn da? Aluminium. Perfekt. Ich muss vorhin zum Bett sein, Schatz. Da hat sie die mitgehabt. Aluminium ist das. Das, was ich suche. Ich versuche jetzt noch schnell irgendwie abzufahren und dann... Ohne, dass der Felsmüter um den Kopf fällt. Das ist vorbei. Ja. Ja. Wup, bah! Wup! Ja. 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 Na, ja.